Ey, das ist nicht dein Ernst! Du übertreibst voll! Hey Leute! Was geht? Karni mit? Nina, hallo! Hallöchen, aber Nina, du bist heute nicht Nina. Oh, du siehst echt creepy aus, muss ich sagen. Ich sehe richtig komisch aus. Warum ist dein Kopf auf Officer Hobbs? Ja, ich weiß auch nicht. Es hat vielleicht was mit der Welt zu tun, in der wir uns gerade befinden. Ja, bei mir kommen auch hinten die Haare so aus. Leute, wir sind heute bei Zoomania, oder wie es auf Englisch heißt, Zootopia. Wir wollen heute aus Zoomania entkommen, also eine Zoomania-Obi, die wir heute gemeinsam zocken werden. Natürlich hier alles in so einem, ich sag mal, Zoo-Theme. Alles hier schön im Dschungel. Und wir versuchen hier heute mal wieder zu entkommen. Nina, heute darfst du auch gerne mal vor. Ich darf vor, hast du den Film eigentlich gesehen? Ja klar, sogar 2-3 Mal. Ich bin schon rein. Ich bin schon gegengelaufen. Hat schon gar nicht geklappt, ich muss mich wieder daran sehen. Okay, nochmal. Ich hab den nicht gesehen. Was habt ihr ihn eigentlich gesehen? Ich hatte Auszüge gesehen, vor allem mit diesem Fault hier. Ja, das ist ja so das bekannteste. Schon wieder. Ich bin schon nicht mehr verwandelt. Ja, mach ich auch nicht mehr. Also wenn man einmal stirbt, dann ist das Skin halt weg. Aber es ist auch nicht schlimm. Die Bewegung wird auch gar nicht da gemacht. So, mal gucken. Ihr habt in der letzten Zeit immer geschrieben, ich soll auf Nina warten. Das kann ich gerne machen, bis zu einem gewissen Grad. Wenn ich nicht mehr nachkomme. Also zum Beispiel hier kann ich jetzt mal warten. So. Weil meine Maus ist irgendwie kurz, ich komm nicht mehr ran. Oh, oh. Ich finde das manchmal echt schwierig mit dem Springen, wenn da noch so Hindernisse im Sichtfeld sind. Dass man gar nicht weiß, wohin man springt. Das finde ich ein bisschen schwierig. Dann musst du rein und raus zoomen. Sehr gut. Kriegst du doch hin. Ne, ich meine vor allem im Sprung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Sehr schön. Nina hat das geschafft. Jetzt ist die Frage, auf welche, dürfen wir auf alle drauf? Geh mal vor. Ja. Opfer mich ruhig. Ist doch... Hey. Oh, das war mies, ey. Was denn? Ich war auf deinem Kopf und du bist gesprungen und ich bin von dir runtergefallen. Ja, dann darfst du auch nicht auf meinen Kopf. Nein, du bist an mir vorbeigegangen. Also das ist nicht so gedrängelt und dann bin ich runtergefallen. Ja, ist gut. Ich war das nicht, das war er. Los, nerviges Game Girl. Leute, falls ihr auch mehr von uns sehen wollt, könnt ihr auch gerne Insta abchecken. Nina hat jetzt auch Insta mittlerweile. Ich habe jetzt auch Insta, ich bin im 21. Jahrhundert angekommen. Yes. Da heiße ich Nina unterstrich, na klar. Ja. Und ich heiße Kahn unterstrich XY. Also eigentlich fast so hier wie bei Roblox, Roblox nur ohne die zwei. Yes. So. Wie sieht's aus? Bist du da Nina? Ich bin da am Start, ja. Ja, sehr gut. So, ja, geh mal vor. Komm, ich lass dich vor. Mann, das ist so weit weg. Ich bin immer so richtig... Ja, los! Ich bin immer so richtig angespannt, ey, bei diesem Spiel. Ah! Krieg immer so ein Herz raus und schon. Oh, jetzt wird's aber ein bisschen tricky, ne? Oh ja, das ist echt tricky. Mann, ich wusste, dass ich's nicht schaffe. Es wär zu schön gewesen, wenn ich's doch geschafft hätte. Ich hab schon, Nina. Ja, ich muss erst mal... Also bis Level 10 werde ich noch immer auf dich warten. Danach ist vorbei hier. Aber du bist doch ganz gut dabei. Jo, ich hab's geschafft. So, und jetzt? Nicht drauf wahrscheinlich, ne? Ah, nicht auf die Dinger drauf, ne. Genau. Ich geh einfach ausmachen. Ja. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, welche Wand. Ja. Das war die falsche. Ich hab erstmal... Ach, das war die falsche. Oh, man stirbt auch direkt, wenn man die falsche nimmt. Hä? Ah. Nein! Hä? Warte mal. Man muss sich so ein bisschen... Wie sagt man denn da? Man sieht die andere Wand schon gar nicht mehr. Du musst halt ein bisschen rein so... Oh, komm schon. Ey, wie viel denn? Nein! Oh, wie viel... Es sind... Wie viel denn? Das sind denn hier, ey? Nein! Oh Gott, ich kann mir das auch nicht alles merken. Oh Gott sei Dank, ich hab's geschafft. Tür. Ich geh jetzt erstmal ein bisschen weiter. Die letzte, links oder rechts? Nein! Oh, ich kann zu viel. Das Problem ist, man muss sich auch die vorherigen dann immer wieder merken. Oh nein, hier ist auch schon wieder was. Ich schaffe mir diese Obi heute überhaupt. Welche ist die letzte? Ich glaube da das genau. Oh Gott sei Dank. Sehr gut. So, ich guck jetzt schon mal hier. Soll ich nicht mal wieder raussuchen? Das schaffe ich hier wieder nicht. Nein! Oh, ich hasse diese Dinger. Ehrlich, ich hasse es. Wo war das denn jetzt? Ah ja, super. Ohhhh! Habe ich doch irgendwas berührt? Ich merke das immer auch gar nicht, ne? Kennt ihr das? Ihr geht irgendwie und denkt ja alles im grünen Bereich und dann? Sollt ihr trotzdem aus dem Spiel raus? Nee, das ist doch nicht dein Ernst, Mann! Oh nein, ich bin jetzt auch da wo du bist, wo man immer durchfällt. Wo man Durchfall hat. Der kam flach. Der kam richtig flach. Mann! Die erste hatte ich noch, die zweite schon nicht mehr. Ich hätte mal beobachten sollen, wie du das machst. Ja. Das mache ich immer in einer Obi, die schön voll ist. Nein, ich bin jetzt schon wieder aufs Falsche gegangen. Sag mir doch mal was, was ich tun soll. Erst, ich glaube, ja. In der Mitte rechts, dann Mitte links. Und dann ganz rechts. Wie hast du das so schnell herausgefunden? Ja, einfach probieren. Naja, ich brauche aber länger beim Probieren. Weil ich mir nichts merken kann. Du brauchst immer einiges länger bei so vielen Dingen. Wie bitte? Klar! So. Hä? Da darfst du nichts berühren, genau. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber ich dachte, ich hätte nichts berührt. Ja, manchmal, auch wenn man nur mit der C-Spitze kommt. Mit dem großen Krischern dran kommt, ist es schon fail. Mit dem großen was? Mit dem großen Krischern. Kennst du nicht? Als großer C-Krischern? Nee, ich glaube, das sagt man nicht überall. Das ist wahrscheinlich eher sowas Nordisches. Das kann auch sein. Bist du schon viel weiter als ich? Nö, geht, ne? Warte mal zwei Level weiter. Oder zwei Stages. Stages? Nein! Was? Boah! Also das bei den Big Balls ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, sag ich dir. Hier ist alles ein bisschen schwieriger. Wobei eigentlich, im Moment ist es noch einfacher. Ey, das schafft man noch niemals. Das schaffe ich niemals. Ich hab meine... Hier kommt man gar nicht weiter. Wo bist du denn? Stage? Das, das geht gar nicht. Ich bin bei Stage 16, aber da kommt man gar nicht weiter. Jetzt fühl ich mich wieder. Nee, das geht doch gar nicht. Ich warte jetzt, bis Nina hier ist. Sonst skippen wir eine Stage einfach. Oh, ich bin dran vorbeigejumpt. Sieben Robux. Okay. Ich glaube, das können wir uns leisten. Wo bist du denn? Oh, eigentlich kommt das doch nicht zu lange. Chill. Er soll ja auch nicht warten. Das schafft man nicht. Nee, das geht gar nicht. Das schafft man nicht. Er hat die Geduld auch nicht. Also da hätte man in den Stern auf jeden Fall ein bisschen nieder machen müssen. Vielleicht will er auch... Ah, das war ein Fake. Das ist einfach ein Fake. Ja. Oh Gott. Diese Ansicht ist auch richtig creepy. Aber ansonsten sehe ich nicht, wo ich hinspringe. Dann muss man... Das ist echt schwierig. Okay, jetzt bin ich auf der Vulkanis. Nee, das schafft man nicht. Ich kaufe mir direkt. Ich skippe das direkt. Ist mir egal. Ah, die suchen voll weit auseinander, der Zweite, ne? Äh, bei dem Weißen kommt man nicht weiter. Ich komme schon beim Zweiten nicht mehr weiter. Doch beim Zweiten geht es noch. Aber beim... Da komme ich nicht weiter. Nee, 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 nee. Ich komme schon nicht auf dem Zweiten drauf. Ich komme schon nicht auf dem Zweiten drauf. So, ich skippe einfach die Stage. Würde ich dir auch empfehlen. Geht das? Einfach für... Da steht es... Plus One Skip. Mhm. Da einfach drauf und dann 7 Robux. Aber das ist eigentlich nicht fair. Also, dass man sich hier weiter kaufen muss. Nee, das haben wir auch noch nie gemacht. Also, ich habe es noch nie gemacht. Nee, ich auch noch nicht. Aber da war es tatsächlich... Es war unmöglich. Ich habe es die ganze Zeit versucht, aber das ging einfach nicht. Also, wenn Kahn was nicht schafft, dann ist das unmöglich. Momentan, mittlerweile ja. Mittlerweile bezeichne ich mich nicht mehr als Noob auch bei Roblox. Ist einfach so. Ich kann es auch in mehreren Videos unter Beweis stellen. Ich anfange es auch noch. Aber gerade bei den Obis mittlerweile eigentlich nicht mehr. Okay. Oh. Oh nein. Oh nein. So, wir haben wieder hier was Ähnliches. Hey, dein Ernst. Ich schaffe das nicht. Wo bist du denn? Diese Stäbe, die so in der Luft stehen. Oh ja, das ist ein bisschen schwierig. Aber du bist die Leiter hochgekommen, ne? Ja. Jetzt geht es gar nicht mehr. Ich glaube, ich muss wirklich die Perspektive so drehen, dass ich mich von der Seite sehe, wie bei so einem Jump'n'Run oder so. Ja, mach das doch. Manch jemand hilft das. Du, 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 du. Nee, da ist schon wieder dieses Ding. Zerpacke. Ohhhhh! Oh, jetzt. Oh, das ist schweigt. So, schweigt doch nicht. Kommen wir mir mal vor wie so diese Toner, die auf so einem Barren sind oder so. Ja genau, so kann ich, ja richtig. Ist ja vielleicht hier die Olympia, die Roblox-Olympiade. Fast daneben gesprungen, das war schon wieder haarscharf. Komm schon. Ne, das darf man nicht. War das nicht eben auch schon, oh nein, da kommen schon wieder diese großen Kugeln. Ok, ok, ok. Oh, das war nicht ok. Ok geht's. Die sind doch gesprungen. Aber hier links einfach nicht. Zack, zack, zuck. Und tack. Und tack. Und tack. Und tack. Und tack. Und tack. Ja. Ja. Bisschen da hochgekommen. Tja. Just do it. Nina. Achso, ok. Von da. Oh, abgeschmiert. Ah. Fletch. Oh Gott. Nein. Das heißt nichts Gutes. Ich hab's nicht gesehen. Ok, 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 ok. Ey, das ist nicht dein Ernst. Du übertreibst voll. Jetzt schon wieder was skippen? Nein, nein, nein. Ach Quatsch. Nein, nein, nein. Ich skippe nichts Unmögliches. Wo bist du denn? Welche Stage? Ich bin 27. 25. Siehst du doch oben. Warte. 35. Wieso es kam schon wieder so schnell? Diese Frage, die kannst du dir eigentlich auch sparen, oder? Es gibt keinen Preis für Schnelligkeit. Oh doch. Oh nein, jetzt ist hier schon wieder dieses... Ich bin wieder abgeschmiert, ey. So schlecht bin ich gar nicht. Naja, doch. Nein, bist du doch gar nicht. Dass wir auch jedes Mal diese Grunddebatte hier führen müssen, ob Nina gut ist oder schlecht ist. Als Noob würde ich mich trotzdem bezeichnen. Sowohl bei Minecraft als auch bei Roblox. Wobei, ich finde bei Roblox, naja, kommt drauf anders hinspielen. Bei Roblox kommt man halt schneller klar, ne? Bei Minecraft ist einfach das Problem mit dem Craften. Ja, du hast zu viele Optionen. Yes. Hier ist einfach klar, ne? Man muss hier die OB machen und... Es ist ein Hitterness-Parcours. Weißt du, ähm... Woher auch der Begriff OB kommt? Obstacle Run oder irgendwie sowas, ne? Richtig! Ehrlich müsste es dann DER OB heißen. Mal wegen DER Obstacle Run. Sagt man ja so, wenn es Denglisch ist. Aber bezieht sich das auch auf Run? Weil dann heißt ja eigentlich DAS Obstacle, ne? Also... Ja, je nachdem halt, was, ne? Das Obstacle... Aber ich glaube mittlerweile im... Im Roblox-Fachjargon hat sich das als die OB durchgesetzt. Die OB. Boah, ich krieg zu viel, ey. Ich hasse das. Ist ja auch ein bisschen wie so eine Challenge, ne? Die Challenge, die OB. Richtig. Was auch immer. Tu so, als wenn ich mich voll ausgeben würde. Mache ich... Kann ich aber nicht. Wie, jetzt sind schon wieder diese Bälle? So, ich muss mir das jetzt merken. Bist du auf diese Bälle hochbekommen? Ich muss jetzt sogar was aufschreiben. Das schafft man doch niemals. Ey, man kann ja wirklich so an der Wand hochkraxeln. Das ist ja echt freaky. Gott sei Dank, ich will doch nicht. Man denkt man schafft es nicht, aber irgendwie schafft man es doch. Wir haben doch noch so Doppelsprung irgendwie oder so. Oh, ich bin wieder am Anfang. Hallöchen! Ich bin einfach wieder zum Anfang gekommen. Heißt das, dass du es geschafft hast? Nein, nein. Ich bin einfach runtergefallen, aber halt auf diese Anfangsplattform. Achso. Zum Glück habe ich da den Checkpoint nicht begriffen. Sonst müsste ich von vorne anfangen. Oh, das wäre eh. Nein. Oh Gott, das ist ja voll Dings hier. Das ist voll gefährlich bei der einen Stelle, wenn du da runterfällst. Weil du kannst auf die anderen Checkpoints wieder fallen. Aber warte, kann man sich zurück irgendwie? Ich weiß es nicht. Ja. Aber ist man da noch wirklich bei dem Checkpoint wieder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich möchte es gar nicht wissen. Ich möchte es gar nicht wissen. Wahrscheinlich nicht, aber ich möchte es gar nicht wissen. Oh! Ich habe ein bisschen Höhenangst und das merke ich auch bei den Obis. Wenn ich irgendwie in der Luft schwebe, dann denke ich so, oh Gott, diese Vorstellung ist ja furchtbar. Oh, ich habe gestern das erste Mal mal nach langer Zeit wieder Virtuality gemacht. Und da war ich in so einem, da war ich unter Wasser oder im Wasser. Und da war ein weiße Hai. Ja, also der weiße Hai ist da nicht gekommen. Achso. Ähm, es war dann tatsächlich mit, äh, sozusagen ganz normal im Käfig im Ozean. Ja. Und das war richtig cool, sag ich dir. Richtig cool. Also wir werden bestimmt hier und da bei uns auch nochmal Virtuality machen. Es gibt da auch den einen oder anderen witzigen, äh, oder witzige Spiele. Oh Gott, ich schaff das ja nicht jetzt. Ich lenke mich zu sehr ab. Aber es ist auf jeden Fall cool. Ich war auch schon mal in so einem Tauchkäfig. Upsala. Aber da kam dann ein Hai. Ein weißer Hai und der hat meinen Tauchkäfig zermalmt. Ja. War dann so ein bisschen Panik. Panikspiel. Ja, da kriegt man schon gut Angst, auf jeden Fall. Nein, ich wusste, dass ich da noch irgendwas versemmel. Schon wieder? Gott. AAAAAAAAAAAAAAAiill! Bist du noch da? Ja! Irgendwann war, aaaaaaah, und dann so abgebrochen der Schrei. Ich dachte, du bist. War zu viel. Das ist hier schon wieder los. Das ist hier schon wieder los. Ey, wie der übertreibt gerade und der übertreibt voll seine Rolle. Guck mal, ich bin nur 6 Level vor Nina, das ist nicht gut. Ich komme mir auch gar nicht mehr klar gerade. Ich laufe immer gegen diesen einen... ...Block schon wieder. Mann, ich kann immer unter mir nichts sehen. Ja! Geschafft? Nein! Also das andere, ja, eins schon, aber das andere ist der andere. Oh Mann! Wieso ist das so schwer? Wieso kriegst du wieder nicht gebacken? Gott, endlich. Hallo! Oh, ich sagte, das wird schwierig. Also der Schwierigkeitsgrad... Ich bin, komm, so schnell nicht klar. Zieht auf jeden Fall an, hier später. Ich muss mal die Perspektive ändern, vielleicht fährt mir das doch leichter. Ne, hier so sehe ich irgendwie gar nichts. Das schaffe ich. Also hier, Sumenia ist echt eine Herausforderung, muss ich sagen. Okay, ich kann mal hier runterschweigen. Klatsch! Ich komme nämlich nicht weiter. Ja, bei Stage 35 bleibe ich hängen. Ja, bei Stage 35 bleibe ich hängen. Okay, geht das bei den anderen hängen. Was ist denn 35? Das sind diese Balken, die in der Luft schweben und da sind diese Blöcke, wo man nicht drauf treten darf. Aber entweder falle ich runter oder ich laufe gegen die Blöcke, also eins von beiden. Eigentlich ist es nicht so schwer, aber irgendwie doch. Ich glaube, es ist die Perspektive, die ich nicht so gut kann. Dieses so vollen Ego-mäßige. Ja, du mit deinem Ego-Trip, das kenne ich ja zu gut. Das kenne ich zu gut, Nina. So, jetzt bin ich schon fast geschafft. Oh nein, ich schon wieder. Oh, ich hasse diese Dinger. Stopp. So, ich merke mir das jetzt. Nein. Oh Mann, jetzt bin ich schon wieder bei diesen Balken, wo man durchfällt. Da bist du wahrscheinlich auch gerade. Hä? Warum bin ich denn jetzt hier gelandet? Äh. Okay. Achso, nee. Achso, ich bin nicht gestorben. Achso, ich wollte schon sagen. Ich war auf einmal wieder ein ganzes Stück hinten wieder, weil ich nicht auf den Bildschirm geguckt habe. Oha, das war knapp. Mann! Warum, aber warum? Wo es kam denn? 51? Ja. Und links. Rechts. Ich habe mir nicht gemerkt, wo ich war. Links. Schreibst du dir das jetzt eigentlich auf? Zwischendurch schrei ich mir das auf. Was ich immer machen soll. Ich habe es geschafft. Ich habe hier keinen Stift, doch habe ich. Kann nicht sein. Das dauert mir zu lange. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich muss jetzt eine Formel aufstellen. Nee, das war der Falsche. Ach Mann. Oh nein, jetzt kommt das mit den Türen wieder. Okay. Also erste Tür rechts. Okay. Zweite Tür links. Ich möchte einfach rüberspringen. Geht das? Rechts, links, rechts. Das fliechen jetzt noch nicht. Rechts, links, rechts, rechts. Bleiben auf der richtigen Seite. Und dann gehen wir wieder auf links über. Mitteln links. Ich mache mir einfach Notizen hier bei Roblox gerade. Besser geht es nicht. Rechts. Und dann nochmal rechts. Und dann würde ich sagen links nochmal. Oh, ich habe es geschafft. Hey. Einen zweiten Versuch schon. Ich habe es. Oh, oh, oh. Das wird jetzt echt tricky. Hatte ich den schon? Ich glaube, den ganz außen hat es noch nicht, oder? Doch, hatte ich. Hä? Also rechts ist es nicht. Dann ist es Mitte rechts. Ich habe ihn verzweifelt bei Level 36. Aber ich glaube, das war auch das Level, wo ich mit am längsten war. Plus dieses Importen. Also Mitte rechts. Impossible Ding. So, und jetzt. Vielleicht hier. Nein, falsche Wahrheit. Das ist einfach so mies. Das hat doch nichts mit Können zu tun. Das ist einfach Zufall. Nein. Ich bin beim letzten. Schrei mich nie an. Links. Warum sollte ich mich anschreien? Du bist doch sowieso ein verlorener Fall. Welche hatte ich denn jetzt schon? Mitte links. Nein. Gott, das ist so. Gott, ich habe schon so ewig lange hierfür gebraucht. Okay, jetzt streng dich an. So, Mitte rechts. Jetzt gehe ich mal ganz rechts. Ganz rechts ist es auch nicht. Kann sein, dass ich hier Sachen schon doppelt gemacht habe. Oh, das ist schwer. Ach, ich habe keinen Bock mehr. Wir schaffen das heute niemals, die Obi. Wir haben uns schon ein Level gekauft. Also ein Stage. Eins. Eine Stage. Eine Stage. Ich sehe, das geht noch so lange, ne? Warte mal, Mitte rechts ist es auch nicht? Dann kann es ja nur ganz links sein. Hatte ich das nicht gerade schon? Ach Gott. Ja, Leute. Ihr könnt mal wieder live sehen, wie wir hier verzweifeln. In Farbe. Mit Ton. Dann muss es links sein. Und es war links. Hey. Ist immer noch da. Hast du jetzt geschafft? Ja, aber ich habe ungefähr 10 Versuche gebraucht oder noch mehr. Jetzt wieder diese Kugel. Oh nein, nicht wieder diese Dinger hier. Oh, das ist schlimm. Und ist das hoch? Na, oh. Schön stehen bleiben. Dein Freundchen. Oh ja. Okay, einfach nur Stift zu machen. Nicht, dass der einfach ist. Ich koche ihn vielleicht noch. Okay. Ist das hier anstrengend, sage ich dir. Oh, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Ich bin Stage 40. Khan ist Stage 65. Er ist 25 Stages vor mir. Ey, das ist... Are you serious right now? Mann! Was macht denn Doppelsprung? Sie! Sie! Das war ich nicht. Das war sie. Sie hat ihr eigenes Leben. Sie macht, was sie will. Künstliche Intelligenz. Ja. Hab ich das jetzt geschafft? War ich hier schon unten? Oh, das ist ja echt... Das ist eine ganz kleine... Mann! Mein Nase läuft auch noch zu einem Überfluss. Oh, abgeschmiert. Wie viele Stages gibt es denn insgesamt? Boah, ich glaube 100. Ach nö, echt? Ich habe nicht mal die Hälfte. Also es wird heute wieder eine XXL-Folge vor euch, Leute. Sonst kennt ihr das nur bei Minecraft, dass wir die so lange machen. Wieso denn immer Doppelsprung? Lasst es doch einfach mal. Das anhat mich an diese Menschen, wo wir immer in die Lava reingefallen sind. Ja. Das war auch voll die Katastrophe. Ob wir die Obi heute schaffen, werdet ihr natürlich sehen. Ihr könnt natürlich auch zum Ende direkt springen. Dann könnt ihr schon sehen. Nein, nein, mach das bitte nicht. Ich komme auf diesen einen Stein nicht klar. Oh, no, 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 no. Okay. Ganz ruhig, Nina. Keep cool. Yay! Das ist unmöglich. Also Zoomania fordert hier wirklich alles. Ist das der schwerste Obi, den du jemals gemacht hast? Ähm, ja, tatsächlich. Also ich glaube, so schwer war es wirklich noch nicht. Also es wird auch tatsächlich vom Stage zu Stage schwieriger. Und das hat man bei Obis nicht oft. Normalerweise sind die eigentlich immer so gemischt. Da kann es auch sein, dass am Anfang schon was Schwieriges ist. Nee, guck, da kann man nicht drauf. Oh nein. Immer so kurz vor dem Checkpoint darunter zu krachen, das ist... Hä? Ist richtig mies, ne? Ich bin gar nicht gestorben gerade. Das kann sein, dass du auf eine andere Plattform... Ich wollte gerade sagen, das kommt mir gar nicht bekannt vor. Also hier war ich schon. Einfach dich wieder fallen lassen. Ja, ich habe mich schon selbst gekillt. Wie langsam komme ich aber auch Höhenangst hier. Es ist aber auch schwierig, das zu sehen, weil manchmal durch diese Ebenen, das ist ja alles so braun-grün... Siehst du manchmal, ob sie geht gar nicht. Applaus? Ja, weil ich so blöd bin. Ich bin froh... Ich sag mal so, bei 75 ist bei mir, glaube ich, Schluss. Du bist froh, wenn es vorbei ist. Ich schaff... 100 schafft man doch... Ey, da muss man doch... Dafür muss man sich einen Tag Urlaub nehmen, dann miteinander schafft, ey. Ein Jahr Auszeit. Ehrlich, ich schwöre es dir. Ey, sag mal, wollt ihr mich hier total veräppeln, oder was? Nein! Es gibt Aubis, die sind schön, es gibt Aubis, die sind herausfordernd, und es gibt Aubis, die sind frustrierend. So wie dieses Team hier. Vielleicht fällt mir das so leichter. Ne, fällt es nicht. Ich fahre runter. Aber nicht leicht. Ach man, oh... Heilige Macaroni, was ist hier los? Ich bin froh, wenn ich so sehe, okay, ich muss nur so auf Platten hin und her springen. Weiß schon, okay, das ist etwas, was man hinbekommen kann. Hey, ich hab das auch. Oh nein, ich sehe schon wieder, ich muss schon wieder durch so eine... Jetzt muss ich mich schon wieder was aufschreiben. Boah, wie viele! Oh, wie im Seniorenheim, ich muss mir schon wieder was aufschreiben. Wo bin ich? Ey, das schafft man niemals. Leute, das wird saved meine letzte Stage, ich bin ganz ehrlich. Kahn verlässt der Enthusiasmus. Ja, aber das ist so unnötig schwer jetzt gemacht. Boah, warte ich mich hier. Die wollen nicht, dass man das schafft. Das ist doch hier total unnötig alles. Hallo? Irgendwann lässt auch die Konzentration nach, ne, wenn man die ganze Zeit so angespannt ist. Ja. Ich krieg's gar nicht mehr auf die Reihe. Boah! Nein! Jetzt bin ich hier schon wieder auf den Dings. Ich geb' noch einen Versuch. Ein Versuch, das ist mir hier alles zu blöd. Ich mach noch einen Versuch. Also hier, zwei links, zwei links. Ne, komm, ist okay. Ich schreib mir doch hier jetzt nicht die ganze Zeit was auf bei Roblox. Also Leute, das war's hier bei Zoomania. Also, wenn dieser Obi hier schaffen kann, innerhalb einer halben Stunde, kriegt von mir einen Daumen nach oben. Bis auf die eine Stage, die ich skippen musste oder die wir skippen mussten. Nina, willst du noch weiter versuchen? Dann kannst du das gerne natürlich machen. Ja, ich mach noch, bis ich das nächste Mal sterbe. Okay, gut, dann mach mal. Für mich war's das. Ich bin jetzt bei Stage 46. Ich finde, es wird nicht unbedingt immer schwieriger, aber es wird für ihn... Oh doch, oh doch. Also, ich hab nicht das Gefühl jetzt. Zumindest bei 47 noch nicht. Ja, das Problem bei dir ist natürlich, Level 1 ist genauso schwierig wie Level 10 bei dir. Ich komm grad ganz... Ne, doch nicht. Okay. Ich bin gestorben. Ich kann dir sagen, bei Level 74 gibt es jetzt 5 Möglichkeiten, wo du zwischen richtig oder falsch wählen kannst. Was? Ich bin noch nicht gestorben. Wie doch? Wie was? Ne, ich bin anscheinend auf einen anderen Ball gefallen. Ja oder nein? Machst du weiter oder nicht? Ich glaube, ich geh in die falsche Richtung. Naja, gut, okay. Das ist vielleicht das richtige Zeichen. Was euch trotzdem gefallen hat, hier bei der Zoomania-Obi. Einen Daumen nach oben, wenn es euch gar nicht gefallen hat. Daumen nach unten, gar kein Problem, lass doch noch ein Abo da. Und dann, Nina. Sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss. Tschaui.